. Na dann, auf. Zumindest war heute das letzte Mal. Na hepper ist weg. Mit dem zweiten Schuss, aber er ist weg. Mh weg immer das mit dem bullet drop ey das ist ich meine es ist zwar sehr realistisch aber dass die Kugel nach unten fällt dann genau ach das zum kotzen was sind die denn schon wieder jetzt im auto entdeckt worden also nicht aus ja ich auch hatte zu ziehen sollte ich mit der habe ich 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 Hier drüben wird geschossen! Bei ausgeschalten? Ich hab's gesehen. Die haben sie schon entdeckt. Der, der mich entdeckt hat, ist weg. Warte mal. Kann ich dir jetzt das Ding hacken? Da hinten ist noch der Funker, der lebt noch. Du hast den Schalter einfach vergessen. Ich bin gar nicht mit dem Gewehr dran. K routierst du? Schmerzen dich! really Was ist das? Sollten keine Zivilismen töten, das war aber keine Absicht. Psi. Ja verdammt, ich habe aber ein bisschen was weggeholt an Gegnern. Gut. 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 noch ein bisschen durch jetzt bin ich sofort wieder da ich muss mich erst mal ich bin jetzt schon wieder ich schon jetzt kurz wieder nach so jetzt bin ich da zweimal weg von dir wir müssten eigentlich bald alle haben ich wollte haben wir alle ich werde immer noch mit mörser beschlossen da hinten ist ich weiß auch wo ich bin unterwegs ich muss kurz kurz sortieren wo der ist aber ist meine drohle los ich dachte du weißt wo er ist ja warte ist so ziemlich krone ich glaube ich habe aber gefunden da bist du ich sehe ihn weg also sehr gut dann haben wir jetzt ruhe das war der letzte das geschützt wahrscheinlich vielleicht doch immer noch mörser ja doch das recht scheiße na toll bin hier festgeglitscht ich bin fest ich bin festgepackt ja ich kann nichts machen was geht denn hin der typ ich komme hier nicht weg da oben bist du ich hole die besucht ich habe ihn ja also ich hänge hier fest wie gesagt ok ich guck mal ob ich vielleicht zu dir kommen kann irgendwie ich bin hier ich komme gerade zu dir gereist weil ich hing da total fest ja ja jetzt kann ich mich wieder bewegen sehr gut wir dürfen jetzt eigentlich keine gegner mehr haben ich bin zwar 20.000 km weiter weg gespawnt aber das kennen wir ja noch vom letzten spiel da war es ja genauso gesundheit heide mitze so wo ist jetzt dieser lkw den wir jetzt hier finden sollten das ist nicht der grüne punkt wir sind doch hier wir sind doch schon am ziel wir müssen halt nur hier den lkw finden ich sehe irgendwo was infostand oder so was hier so ein datei irgendwo oder so was ja ja hier so hat das irgendwas geholfen gerade ja sehr gut ach jetzt müssen wir dafür nochmal woanders hin ne das schaffen wollte ich nicht mehr ne ne dann machen wir jetzt hier einen kleinen break ich hoffe das war sie jetzt dass der das jetzt hier speichert aber eigentlich sollte der das ich gehe zurück zur zu unserer basis und dann warte mal kurz ich guck mal gerade noch kurz ab die eine kiste hier die würde ich mir nämlich gerne mal noch holen hm einige waffen so gut ja dann müssen wir leider hier aus zeitlichen gründen einen kleinen break machen äh und dann hoffe ich dass wir in der nächsten folge dann warten sehen dass jemand so kommt weitermachen können an dieser stelle hier ja dann warte mal wo ist denn das ja und hier rum ja genau da waren wir jetzt hier verhärmt heute genau dann auf ons bis dann